Hallo! Schön, dass du mal wieder reinschaust. Stell dir vor, einer deiner Freunde fragt dich nach dem Inhalt des letzten Kinofilms, den du gesehen hast, oder will wissen, worum es in einem bestimmten Buch geht. Was würdest du antworten? Wenn es dir bei einem Freund gut gelingt, die Handlung wiederzugeben, wird dir auch das Schreiben einer Inhaltsangabe nicht schwerfallen. Ich erkläre dir in diesem Video, worauf es bei der Inhaltsangabe ankommt und was sie von der Unterhaltung mit deinen Freunden unterscheidet. Was genau ist eigentlich eine Inhaltsangabe? Die Antwort steckt schon im Namen. Du gibst den Inhalt eines Textes wieder, den du gelesen hast. Du informierst deinen Leser sachlich über die Kernaussage und die wichtigsten Zusammenhänge des Textes. Dabei beschränkst du dich auf wesentliche Aspekte der Handlung. Deine Inhaltsangabe ist deutlich kürzer als der Originaltext. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und auf www.sofatutor.com Aufwand zu vermeiden, wird es im Lebensgefühl. So können wir deine Zensuren ohne aufwand zu lassen. So können wir die Zensuren ohne all die Zensuren ohne ihre Zensuren ohne zu verändern.